so weiter geht's was beim van helsing 1 und 2 welche seite nimmst du da nehme ich die andere seite war dann auch die große karte da muss ich hin und das das auge juckt ich hab ein juckauge ich hab so ein jucken das müsste ja gleich hier sein ein chemischer tank hier ist ein generator ich habe irgendwas elektrisches gefunden wir werden doch vorbeigekommen mein blöder geist wir mussten die angreifen so eine ja ein hab ich jetzt ich glaube ich muss hier hinten lang hier ist ein tor wie komme ich nicht durch ich muss einen anderen weg finden so dann gehen wir mal hier weiter hier geht es runter hier sind ratten ich muss ein boss bekämpfen ich habe hier und 10.000 gegner ja die muss ich auch noch bekämpfen ich habe aber jetzt erst mal ein paar kleine fummelbacken also richtig tief ist das hier nicht oh der schmeißt mich ja erst mal weg hier du hast aber ein großes rohr hast mich nicht getroffen oh hast mich getroffen oh ich muss mich mal heilen was denn gefällt dir das etwa nicht so der boss ist weg ich habe mich jetzt das wert wo sind eigentlich mein und wo ist vor allen dingen mein mauszeiger wieder hin rupekin was machst du gerade das ist besonders ein bisschen fähigkeiten durchkommst du hättest mir ja auch helfen können denn ich glaube ich muss noch ein ende weiter hier ich weiß auch gar nicht wie ich da hinkommen soll da war ein tor aber das war zu ich wollte mal was gucken lasst mich doch mal in ruhe hier es müsste sterben dafür gut als verdächtigen bürger entdeckt gar nicht wahr ich weiß gar nicht ob das hier lang weitergeht ja das macht zu wenig sinn hier da jetzt weiter zu gehen wurde spulen ja mein geist ist hier oben hängen geblieben guck mal hier oben ist eine tür dann haben wir einen aufzug welchen aufzug wo denn den hier den habe ich nicht gesehen den habe ich gar nicht vervollgenommen ich bin da unten weiter gegangen der war auch schön oh hier kann man runterfallen hallo wo bleibt der aufzug hallo müsste doch kommen nein dann würde ich doch nicht sagen wo bleibt der aufzug ja dann kann ich leider nicht mitkommen tut mir leid jetzt kommt der aufzug vielleicht hättest du da mal runter gehen sollen ne vom aufzug was soll das denn ich hab doch da gar nicht hingeklickt was packt denn die steuerung hier habe übrigens alles eingesammelt nein hier liegt doch noch was ja für dich für mich auch nicht gold lag noch und wieder runter jetzt kommt er gleich hoch 1 hier sind noch behälter ich hab mich ich hab mich nicht verladen der ist ja ungeportet das war die für die station sag ich doch das geht da waren noch zwei kisten da waren maschinenteile drin wo immer die zu die auch gut sind ja ich hab keine ahnung davon habe ich schon so viele gefunden keine ahnung was die bringen ja die nerven bisschen und wir müssen was erzählen wegen der musik ich hab schon wieder zwei urheberrechtshinweise weil heinz zimmer musik gemacht hat für ein gewisses spiel und da streiten sich gleich drei rechte inhaber drum ich weiß gar nicht wie sowas gehen kann eigentlich kann doch nur mal einer die rechte haben habe ich gedacht bist du schon drin hä wie um welches spiel denn na half life 2 episode 1 Marvelous you have all the coil one day hey so schnell kann kein mensch lesen wenn du das alles so schnell durchlegst die kommen in sekundenbruchteilen henry lass das doch mal ein bisschen stehen was soll das denn ach jetzt ist es eine artefakte ah keiner weiß wie es geht weißt du wie das geht sind wir vampire hier gibt es wieder eine neue oder ist das hier nee das ist keine quest ne ist da auch den typen an mich anrampft nein jetzt sehe ich das eben nicht so fulmigati ist planning a test die means to use an experimental machine to flood the sewers you must find it und destroy the whole apparatus und if you will permit me to offer a little advice don't forget to take your medicaments video Wie kann ich dir helfen, Mr. Van Heldt? Ich könnte dir etwas haben. Aber das kann ich ja nachher in der Aufnahme... Nee, eigentlich müssten wir es jetzt machen, bevor wir in der Aufnahme weiterlaufen. Weil, ähm... Was haben wir hier? Ja, da kriegt sie das. Haben wir einen besseren Ring? Magischer Ring ausgerüstet, ja. Und was haben wir hier noch? Amulets. Da haben wir noch einen Ring. Ändert sich die Musik auch ein bisschen an Titanic? Ja... Ich will zum gleichen Weinen, wenn ich noch nicht denke, wo das noch ist. Oh, Henry... Ich bin doch im Ausrüsten. Lass mich doch schnell das fertig machen. Ah, okay. Ich habe gesagt, lass uns doch erstmal die Sachen verkaufen, damit wir wieder Platz haben. Oder hast du nichts... das alles schon verkauft? Ich könnte etwas für dich haben. Ja... Ja, ich bin noch nicht zugekommen. Gnadenlos. Man findet ja genug. Sachen findet man aber genug. Da kann man so nichts zu sagen, ne? Traum... bist du, äh... Traumaturge... Dings hier? Traumaturge? Traumaturge, ja. Ja, weil ich habe hier noch einen komischen Totenkopf. Ich weiß nicht, ob du da was hin hast. Ja, verkauft den einfach. Passt schon. Den behalten wir den Schlappen. Was haben wir hier? 42. Säubere die Tunnel, zerstöre den Gasprojektor und sammle fünf Ruhknochen. Das hebe ich mal auf. Nicht einschlafen. So... 21 bis 28, das muss ich aufwählen. Oh mein Gott, Gegner. 18 bis 24, das kann weg. Was machen denn hier Gegner? 14 bis 20, das kann weg. Ich habe einen besseren. Ich habe einen dick... ich habe einen größeren. So, jetzt muss ich noch... Warum sind schon so viele Gegner? Was soll denn das? Ich hau ab. Wo bist denn du jetzt? Ich bin nach hinten zu diesem Schmidt und dann bin ich ein bisschen weiter gegangen. Und dann kamen immer viele Ratten auf. Aber ich bin fast gestorben. Home, sweet home. Ach, jetzt kommst du wieder zurück. Alles klar. Ja. Ja, ja, wir können... Ich kann mir vorstellen, dass hier auch sowas ist. So, wo wollen wir jetzt hin? Feind im Tunnel, Gasprojektor, das Ritual. Ich brate. Ja. Oh, ich kann ja noch was lernen. Ja. Du brennst das auch. Auf mich, ich stehe drauf. Brenn, bitch. Burn, baby, burn. Aura. Trick. Ich stehe auf Blitzeinsteiger. So. Ach so, das war ja... Ach so, das war ja... Das hier. So, wo wollen wir jetzt hin? Ach, keine Ahnung. Feind im Tunnel. Ich mach mal die große Karte. Hier ist zum Zerstör den Gasprojektor. Das wird angezeigt. Als Blinkkreis. Wollen wir das machen? Der Info oder was? Ja, das ist hier dieser kleine runde Kreis. Da da oben müssen wir. Oh, ich wollte dir einfach. Gut, alles klar. Hä? Oh, nom 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 nom. Oh, what the fuck. Ja, äh... Ist toll. Kuri oder wie das auch mal das heißt. Aha, so geht das. Das war jetzt ein bisschen komisch, ne? Das wird sehr inkonsistent, wenn man so eine komische Lade... Sonst gehst du da einfach rein? Na, vielleicht weil du da mehrere Möglichkeiten hast. Ja, bei Diablo gehst du... Na, bei Diablo gehst du in den Ladebildschirm bis nach einer Sekunde wieder draußen. Da sind die Ladezeiten ja richtig. Auch im Multiplayer? Ja. Ja. Auch wenn ich mit Gamble zusammenspiele, gehe ich einfach in irgendein Haus rein und nach drei Sekunden... Ja, das mit dem Ladebildschirm ist hier ein bisschen suboptimal. So finde ich es aber ganz in Ordnung. Ist ein bisschen sehr komplex, aber das ist ja was anderes. Diablos haben wir einfach. Das ist schon so einfach. Wir stellen einen höheren Schwierigkeitsgrad an. Nein, also ich meine von der... Sag mal, das einzige was mich hier stört ist, dass man das Fadenkreuz öfter verschwindet. Das sehe ich so ziemlich schlecht. Was ist denn? Was? 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 Ich hab dich jetzt nicht verstanden. Was? Bestimmt. Hier steht ein Bettler. Ein Bettler. Ein Bettler. Ein Bettler. Das ist Captain Jack. Hier ist 50 Gold. Ein Bettler. 50 Gold? Und sie müssen noch diese Räume tragen? Was? Danke. Oh, danke. Ich habe gehört, dass du die Maschine schaust, die diese Räume generiert hat. Oh nein. Oh nein. Das ist ein Bettler. Der hat uns einen Tipp gegeben und ich habe es verquatscht. Aber wir müssen hier oben lang, ne? Wir müssen aber jetzt keine überlange Folge wieder machen. Also so eine Viertelstunde würde ich schon lassen. Hier sind Ratten. Kann ich die auch wegflipsen? Nee. Warum nicht überlange? Oh, wie viele Ratten denn schon? 15 Minuten haben wir jetzt fast. Ratten! Ich hasse Ratten. Oh, ich bin nicht bloß auf dich. Ja, hatte ich auch eben. Oh, ich bin nicht bloß auf dich. Oh, ich bin nicht bloß auf dich. Nicht identifizierter, verbrauchbar. Hm. Stufenaufstieg. Dann wollen wir uns mal schnell... 1, 2, 3, 4. Da ein. Alle weg. Was haben wir hier noch? Hm, das... Kann ich jetzt hier... Nein. Nein. Das kann ich. Kann ich jetzt? Nein. Zwei Punkte habe ich noch. Ich verstehe das System dahinter immer noch nicht wirklich. Du? Bei Diablo einfacher. Ja, das sind so viele Sachen, die man hier machen kann, ne? Zu viele ist auch nicht gut. Hier, sicherlich Leute, die das total genial finden. Wo habe ich denn jetzt den Blitz? Auf 3. Warum ist denn der jetzt nicht gekommen? Ach, jetzt habe ich den auf 4. Den ich gesucht habe. Eine Kiste. Noch mehr Ratten. Huch! Aber nicht, dass Ratten warten. Sorry. Ja. Ich bin gefragt, Katharina. Hagen die Burgovianen Wasser? Nein. Wie kann ich helfen? Hey. Das ist wirklich ein Problem. Ich fliege das doch nicht immer so schnell durch. Von weiter kämpfen. Ja, aber das sind vielleicht wichtige Informationen, die uns jetzt fehlen. Bitte sich. Ja. Sag mal. Oh, das war eine Spezialratte hier. So, wollen wir denn jetzt eine Pause machen? Viertel, 16 Minuten? Ja, okay. Okay, hier im Impf... Guck mal, das klatscht richtig. Platscht, 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 platscht. Ein Halt rein, gehen die mich noch mit. Brenne, Feuer. Platsch, 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 platsch. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Oh ja, Brenne. Tschüss. Brenne. Tschüss. Brenne. Tschüss.